Yo Freunde! Vor circa drei Wochen habe ich gemeinsam mit dem Chat eine Runde Speed UAC gespielt. Und was in dieser Runde geschehen ist, war absolut insane. Doch jetzt will ich euch nicht zu viel spoilern und viel Spaß mit dem Video. Außerdem ist es gerade mein erstes Video auf diesem Kanal, deswegen würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dem Video eine positive Bewertung da lassen würdet und Kanal abonnieren würdet. So wie bei Twitch vorbeischauen, twitch.tv slash scaredxwt. Und jetzt viel Spaß. Und wir enjoy den fucking Speed UAC. Ich glaub's nicht. Der wird comedy lost sein. Wenn du gewinnst, dann Prime von mir. Scheiße! Okay, die Wette gilt aber, Julian. Ich nehm's an. Dann will ich auch ein Prime von dir sehen. Die Farming-Session erspart euch mal lieber und wir gehen direkt weiter zum Kampf, wo es auch mal richtig spannend wurde. Deswegen bleibt unbedingt dran und abonniert gerne den Kanal. Es ist mein einziger Klick und es wird mich unglaublich unterstützen. Vielen Dank dafür. Ich bin ready. Ich bin ready, Chat. Ich geh direkt aber rein. Oh, sorry, random guy. Das ist noch Schutzphase. Digga, Renegade will ich keine Chance haben. Bruder, ich hab ne Prod 3-Chestplate. Komm her, komm her. Ich krieg den... Ich muss den Prime... Ich hab den Prime so ernst genommen, ne? Scheiße. Ne, das mach ich nicht. Ich glaub den hier unten, den Atzen. Fuckin' Cleaner, Junge. Ihr könnt mich nicht töten. Nicht mal, nicht mal Equip war der Junge. Digga, der hat nicht mal... Oh, der Arme, der hat nicht mal Equip gehabt, Junge. Komm, Renegade, hör auf, wegzurennen. Digga. Julian, hol deinen Prime ready. Ich sag's schon mal so. Also, strong bin ich ja Equip. Ich verstehe halt nicht, ob dich... Weißt du, warum ist der andere weg? Mach keinen Sinn gegen Renegade. Ja, ne, der wird jetzt wegrennen. Ich muss mich auf den anderen fokussieren. Wenn ich's schaffe, gegen Renegade 1 gegen 1 ein Deathmatch hinzubekommen, das wär sehr, sehr stark. Digga, die sind aber auch... Weißt du, die sind vor mir umgefallen. Junge, Julian und noch ein anderer kommt einfach zu mir, weil wir beide killen und haben es einfach nicht hingekriegt und die waren noch fast full life. Und ich hab noch Healpots, alles. Prime is ready. Julian, ich hab die... Ich hab's zu ernst genommen. Dann komm, ich geh jetzt auf Renegade. Ja, okay, scheiß drauf auf Renegade. Ich geh auf den da hinten. Er muss Gaps verschönen. Er hat nur einen Kill. Er wird nicht viele Gaps haben. Leider konnte ich euch die weiteren Kämpfe nicht zeigen, da in der VOD der Sound nicht mehr da war. An sich habt ihr auch nicht viel verpasst. In der Zwischenzeit ist Renegade gestorben. Das Finale werdet ihr jetzt leider ohne Sound sehen. Aber ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Am Ende bin ich dann auch wieder da. Wie gesagt, es ist mein allererstes Video. Also bitte nehmt es nicht zu ernst. Let's go! Let's go! Alter! Der Typ war gut, Alter. Boah! Let's fucking go chat, Junge! Den Prime erbeutet. Ei, 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 ei. incorporation. iona компardon. Der Typ war 2. Ole. Die. оф. technology. keepers. истор.